Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu Part 2 der Weekend League. Wer Part 1 noch nicht gesehen hat, geht kurz auf das Video davor und kommt dann wieder hier rüber. Ja, es war eine sehr, sehr geile Weekend League, muss ich sagen. Ihr seht danach auch direkt die Rewards der Weekend League und auch die Division Rivals Rewards. Habe ich alles reingepackt. Ja, ich fand es war eine sehr, sehr geile Weekend League. Werdet ihr jetzt sehen mit Dastino und mit seinem Bruder da im Discord die ganze Zeit. War sehr lustig, auch Gefühle der Achterbahnfahrt war da. Ja, genießt einfach das Video. Wir gehen ins nächste Video, okay. Gegen FC Viking. Wo ist er? Ja, ja. Sehr gerne. Digga, der steht so tief, dieser Typ, er fuckt mich so ab. Um, um, digga, und dann sowas. Schierpieren, dann wollen wir uns weiter. Guck mal, Jumbo Jotan, was macht der? Was macht der? Wieso nimmt der den Kopf? Ich krieg's wieder, ich krieg's wieder, ich krieg's wieder in den Fingern. Ich krieg's wieder in den Fingern. Guck mal, ich hab sieben Schüsse, er hat einen. Ich glaube, ich bin verliebt, ich kann das nicht, Jumbo, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Jotan. FIFA macht depressiver. Nein, die meisten nehmen Engine bei Sonnen, 49% und 46% Hunter. Ja, cool. Der hatte schon Engine drauf, jetzt hab ich ihn Hunter gegeben. Muss halt gucken. Aber da steht doch, best ist für ihn Hunter. Nein, da steht, da wie viel Prozent, wie viel Prozent. Oh, denn, wo steht das denn? Unten, wenn du unter scrollst. Gehst auf Sonnen und dann gehst du. Ich bin auf Sonnen. Ah, da, diese Tabelle mit. Macht es, macht es, macht es. Wahrheit. Jogo Jota, weil ich der Beste bin, Jett. Wow, Anthony links und Ref verprägt wegen dieser Außenrausschüsse. Oder meinst du, das ist nicht so effektiv? Außenrausschüsse sind geistkrank, weil Modric jetzt wieder hier ist. Weil Modric jetzt wieder hier ist. Ja, mach mal. Weil Modric, oh mein Gott, ich bin so... Oh, ich bin so... Jago, oh, ist gekackt, Jago, egal. Weil ich der Beste bin. Ja, ich guck mal wieder, mein Pampers. Modric! Ja, Junge! Was ist das? Was ist das? Modric, ja, Mitspieler sind da. Ja. Digga. Er kann abwehren, aber... Es ist so krass. Dieses Spiel ist so krass, ehrlich. Dieses Spiel ist so krass, Mann. Spannend, was hier nach... Steifers, Modric! Oh, ja! Stark! Und Power-Schuss. Oh, ich hab das, der Power-Schüsse, darfst du immer so lange aufladen, ne? Nein! Yes! Toten, Junge! Zell, Alter! Super Konter. Ja! Oh! Ich bin voll lange, dass man mit sowas recht war. Starker Ball, Bruno. Ist das die Führung? Da ist das Tor! Der Banne ist bereits früh gebrochen. Nein, guck mal, was mein Mendy gemacht hat. Junge, was macht mein Torwart? Junge, was ist los? Ich schwöre, da ist irgendwas falsch. Wenn du gegen gute Spieler spielst, deine Spieler haben irgendwie, ich weiß nicht. Junge, die sind irgendwie paralysiert, yo. Was ist denn das gewesen? Ja, hat noch Van Dijk, Digga. Ja, es wird sehr schwer, nochmal zurückzukommen. Oh mein Gott, wo denn passt der? Er macht die nicht. Das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Ich bin so ruhig geblieben. Und jetzt machen wir einfach ernst, jetzt bringen wir ein Papier rein, jetzt bringen wir Sonne rein, jetzt bringen wir Vinicius rein. Was sagst du denn jetzt? Ich hab gesagt, so unverdänt vom Siegner. Okay, der war jetzt nicht so schlecht. Boah, Junge, so ein Schwitzer-Spiel hier, Mann. Boah, Junge, so ein Schwitzer-Spiel hier, Mann. Boah, Junge, so ein Schwitzer-Spiel, Mann. Guter Steilpass hier? Macht er gut? Ja, Junge! MAP, 120! 20. Jaaa! Jaaa! Jaaa, Junge! Jaaa! 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 Wichtig! Wow! Vinicius, der jetzt nicht an den Ball läuft! Oh, Raffinja! Das ist so gut! Das ist so gut! 15! Boom, 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 man! Also 15 Siege? 15 zu 1, ja! Fuck! Ja, 19 Siege sind heute da? Boah, weiß nicht. Es kommen noch ein paar Brocken, glaub ich. Für Moine! Raffinja! Da haben sie die Chance! Da ist das Tor! Der Banne ist bereits früh gebrochen! Wir haben den Herzen... Sie geben Wappé viel Raum auf Außen! Hereingabe Mbappé! Nein, das geht gar nicht! Das geht aber nicht, Koulibaly! Das geht nicht! Das kann nicht sein! Das war alles auf Anfang! Es steht einstickt! Und wieder sind sie hinten drin! Angriff läuft! Vielleicht gleich die nächste Gelegenheit, sich auszuzeichnen! Die Chance für Foden! Jaaa! Foden, du Macher, Alter! Sie lassen den Ball da jetzt gut laufen! Ehrlich! Es ist unglaublich! Das... Was macht Koundé? Was macht Koundé da? Junge, wie kann es sein? Jedes Mal so, man! So einfach, Digga! Und es bleibt... Jogu Schurter! Jogu Schurter! Korea! Chance zur Führung! Da ist der Dreht! Jede Menge Platz auf dem Flügel! Jede Menge Platz auf dem Flügel! Wieder gewonnen! Wieder? Stark! 4-2 yes! Ey, Camper, ich glaube diese L1-3. 17-1, ne? Oder 16-1? 17-1. Warte mal, was ist das? Team of the Week, im 2-Spieler-Pack. Benjeda in Form! Ich hab Benjeda in Form gezogen, im 2-Spieler-Pack. Untauschbar. Die kleine Peach-Lange. Oh mein Gott! Benjeda in Form. Auf den langen, auf den langen, Lorette! Ja, er geht raus! Er geht raus! 18-1. Digger, was passiert hier, Junge? Was passiert hier? Ja! Ich liebe Jogo Jota! War kein guter Pass. Oh, guter Pass! El Jogo Jota! Ja! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ohohoho! Ja! Ja, raus! 19-1! Jungs, Junge! Erste Weekend League! Was ist los? Was ist los, Chat? Ende! Ende! Weil ich besser bin! Weil ich besser bin, Chat! Chat, drei Rotpicks! Fing Haaland! Einfach Sölot. Sölot, oder? Erster Pick! Sölot! Zweiter Pick! Smalling! Scheiße, Junge! Zweiter Pick! Smalling! Junge, warum... Jedes Jahr dasselbe! Nur Scheiße! Haaland! Ich will Haaland! Dritter Pick! Dritter Pick! Dritter Pick! Mozilla! 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 Ist okay! Mozilla! Scheiße! Nee, ich bin scheiße, Junge! 19 Sieger hab ich dafür gebracht! 19, ne? Nur so zur Erinnerung! Man hat drei... Ich hab drei... Oh mein Gott! Ich hab drei Team of the Week Sets! Drei Stück! Drei Stück hab ich! Ich habe... 1... 50... Ich hab 225 Kassets und 51 Kassets! 50 Kassets! Überhaupt... Er aufgespielt nicht mal was! Sölot! Nice! 125 Kassets! Harry! Harry Kane! Harry! Harry Kane! Boah! Ist das bitter! Doppel-Walkout! Ja, ist schlecht! So! Nee, es ist 125 Kassets! Komm! Wir wollen jetzt MAP sehen! Ich will MAP! Nee! Das will ich sehen, Junge! Wow! Und das ist ein 20 Euro Pick! Wow! Wer kommt hier raus? Wer kommt hier raus? Das ist so bitter! Das ist so bitter! Ich weiß, was ich mache! Ich ziehe jetzt ein 45 Kassets hier an! Damit ich EA ein bisschen verwirre! Die denken sich, hä, der hat doch 3er Set! Ich ziehe einfach hier ein 45 Kassets! Was soll ich hier machen? Da kommt Alfonso Davies! Weil da kommt Alfonso Davies! Ich muss EA ein bisschen verwirren! Sag mal... 49.000! Weil ich muss EA ein bisschen... Ich muss EA ein bisschen verwirren, Bruder! Nein! Ich muss EA verwirren! Guck, jetzt! Jetzt habe ich EA verwirrt! Die denken sich, Junge, was macht der? Und jetzt kommt Haaland! Guck! Call! Call! Komm doch nicht Haaland! Komm! It's morning! Ich gehe in den Bruch rein! Zweites, dreier Set! Smalling! Du kannst Haaland ziehen! Warte, ich guck kurz, würde ich auch gut bringen! Ich habe schon auf! Ich dachte schon! 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 Drittes Set! Drittes Set! Zerlo! Darf habe ich Deutsch den Siege geholt, Mann! So! Wir öffnen jetzt die Division Rivals Rewards! Ich weiß! Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich abgeschnitten habe! Aber! Wir nehmen immer die Tauschbaren! Selten ist Megapack! Also ist nichts Besonderes! Ich habe jetzt auch nicht viel Division Rivals gespielt diese Woche! Aber! Nehmen wir mit! Nehmen wir mit! Die zwei Packs! So! Ehrlich gesagt habe ich nicht viel Hoffnung! Heute! Hier! Aber! Aber! Man nimmt sie mit! Man nimmt sie mit! Warte mal! Spanien! Da wird sogar! Ne! 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 Selten ist Megapack! Das bisher größte Pack mit 30! Ja genau! 30 Items! Spieler und Verbrauchse Items! Alle Gold! Alle selten! Wow! Wow! Ist das schlecht! Hey Leute! Ich bin es nochmal 19-1 am Ende! In der ersten Weekend League! Ich bin einfach irgendwie voll froh! Aber auch ein bisschen gebrochen zugleich! Wenn man das Video davor sieht! Wie ich die Niederlage kassiere! Dass die nur da am Telefonieren! Das mich die ganze Zeit ablenkt! Hat ein bisschen abgefuckt! Aber ja! Wir stehen 19-1! Haben abgeschlossen! Die Rewards waren leider belastend! Man holt 19 Sieg! Und bekommt solche Rewards! Aber ja! It is what it is! Wir gehen auf jeden Fall in die nächste Weekend League! Und in die nächste Weekend League! Und in die nächste Weekend League! Wir grinden jetzt weiter! Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen so Turniere zu spielen und sowas! Das werde ich auch jetzt immer Livestream! Ja! Und ihr könnt mir gerne mal auf Twitch auch folgen! Dann seht ihr immer alle Livestreams! Da bin ich eigentlich jede 2 Tage eigentlich online! Und ja! Die Weekend League werdet ihr da sehen! Division Rivals! Werde ich da immer schwitzen! Ihr werdet da viele andere Videos auch sehen! Auch andere Spiele! Aber folgt mir gerne auf Twitch! Ich heiße da Campus-22! Werde ich auch nochmal einblenden am Ende des Videos! Und ja! Ich hoffe euch hat das Video gefallen! Und ich hoffe natürlich auf eure Unterstützung! Bis zum nächsten Mal! Peace!